Hallo ihr Lieben, ich bin der Christoph Maria Herbst und ich spreche den High Five im neuen Kino-Highlight Emoji, der Film, der ab dem 3. August im Kino läuft. Warum ich High Five spreche? Weil er zusammen mit seinen Freunden Gene und Jailbreak ein außergewöhnliches Abenteuer erlebt und durch die geheime Welt der Smartphones reist. Schaut euch den Trailer an und wenn ihr schon dabei seid, hier bei Kinder.de gibt es gerade ein Gewinnspiel zum Film mit tollen Preisen. Da solltet ihr unbedingt mal euer Glück versuchen. Ich muss auf Eddies Nachricht antworten. Was schreibe ich hier? Sei cool. Was? Schick hier ein Emoji. Okay, sei cool. Willkommen in der geheimen Welt deines Handys. Wo Emojis wie ich arbeiten und leben. Hier hat jeder von uns eine Aufgabe und die muss er perfekt drauf haben. Immer. Hey Alex schreibt, grünes Licht für mehr. Wer? Ich? Was macht er da? Er macht das falsche Gesicht. Was ist denn das? Das ist mein Freund Gene. Er hat ein kleines Problem. Wow, wie machst du das? Egal, das kann ich eben. Hebst du uns. Kommt mit. Wir müssen das Handy verlassen und den Quellcode finden. Los geht's. Tschüss, Umilein. Wir müssen das Masterpasswort erraten. Hallo. Wie heißt nochmal die Freundin von Alex? Sie heißt Mandy. Zugriff da weiter. Sandy? Cindy. Das könnte auch Gisela sein, aber irgendwie hört sich das auch nicht richtig an. Ich finde dich ziemlich cool, so wie du bist. Ich bin sehr gefühlvoll. Vielleicht ist es mein Schicksal, mehr als ein Gesicht zu haben. Wo bin ich? Candy Crush. Köstlich. Süß. Hemmlisch. Lecker. Ich esse nie wieder etwas Süßes. Nie im Leben. High Five. Tu es nicht. Tu das nicht. Das war da schon mal drin. Und mein Sohn, was tun wir, nachdem wir auf dem Klöchen waren? Die Hände waschen? Hahaha. Wir machen große Geschäfte. Los geht's. Juhu.